Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken der Zeit, heute mit dem Thema die Scheibe von Sabo. Es ist ja wirklich ein archäologisches Rätsel, worum es sich dabei gehandelt hat und das schauen wir uns heute einmal an. Ja, die Scheibe von Sabo wurde bei dem Prinzen von Sabo gefunden, daher auch der Name. Und sein Name lautete der Stern aus der Familie des Horus, was ich sehr interessant finde. Ich finde, das ist ein sehr schöner Name. Und er war wohl ein Administrator, also so ein, ja, ich würde mal sagen, so eine Art Bürgermeister in einer kleinen Provinzstadt. Hier ein paar Eckdaten, wer das noch gar nicht kennt. Also die Scheibe stammt wohl aus der ersten Dynastie, so 3000 bis 2800 vor Christus und wurde 1936 in einer Masthaba gefunden, in der Nähe von der Nekropole von Saqqara. Ja, und Saqqara ist ja sowieso total interessant, allein die riesigen Sarkophage, die sie da gefunden haben. Und ich denke, die werden da noch so einige Sachen finden. Da war ja auch mal dieser mittlerweile wieder zuverschüttete oder versandete Schacht, wo sie ja diesen Sarkophag gefunden haben, der außergewöhnlich war, weil er keinen Deckel hatte, sondern so eher wie vorne, wie so ein Tierkäfig, den man hochziehen konnte. Und da drauf lagen noch so, ja, verwelkte, letzte Blumenreste und so weiter. Und die Siegel waren zu diesem Zugang zu dieser Kammer noch nicht gebrochen. Und da gab es ja die interessante Geschichte, dass die das ja dann hochgehoben haben und dann hat sich ja später einer, der dabei war, von der Brücke in Ägypten, ja, gestoßen wollte ich gerade sagen, Entschuldigung, ja, gesprungen. Und ein weiterer Student hat sich dann ebenfalls umgebracht. Das war eine ganz mysteriöse Geschichte, aber ich glaube, ich habe darüber schon mal berichtet. Auch Erich von Jeniken hatte mal darüber berichtet. Naja, zurück zur Scheibe. Also, Sie sagen, die Funktion und Bedeutung des sorgfältigen ausgearbeiteten Natursteins sind bislang unklar. Das finde ich noch eine bessere Aussage wie nämlich die offizielle, nämlich, dass es sich dabei um eine Vase handeln soll. Ja, also, für eine Vase, ich finde, das ist ja also eine bescheuertere Argumentation, als das Ding als eine Vase zu deklarieren, kann man gar nicht geben. Allein ja schon, weil ja in der Mitte dieses Loch ist, wo man ja normalerweise, sage ich mal, da die Blume hinstellen würde, weil das Wasser ja dann zumindest in die Richtung laufen würde. Also, diese Aussage finde ich da schon wirklich mehr als, naja, höflich ausgedrückt, bescheuert. Ja, das Artefakt selber ist aus Schiefer. Ist so ungefähr 1,6 cm im Durchmesser und hat so eine Höhe von 10,6 cm. Und in der Mitte, wie eben gesagt, ist halt diese Bohrung und diese hat einen Durchmesser von 8 cm. Die Tiefe dieser Bohrung entspricht auch ungefähr der Tiefe dieser Schüssel. Ja, und dann seht ihr ja diese leicht hochgezogenen Flügel, die da ja rotationssymmetrisch nach innen gezogen wurden. Ja, da muss ich sagen, das ist schon ein Meisterwerk. Alleine aus diesem Produkt Schiefer, das kennen wir ja von unseren Häusern und von unseren Wandverkleidungen, zu produzieren. Dieses Produkt, auch dieses filigrane, sage ich mal, am Ende, diesen Rand, der würde ja auch überhaupt keinen Sinn machen, wenn das eine Vase wäre. Das herzustellen ist auf jeden Fall absolutes Meisterwerk. Heute und auch natürlich zur damaligen Zeit. Ja, dann habe ich das gefunden im Hamburger Abendblatt. Und zwar haben sich da mal ein paar Ingenieure sich diesem Objekt angenommen und haben es nachher auch durch einen Windkanal gejagt. Sie haben es erst in 3D nachgebaut, in einer kleineren Version. Und da haben sie festgestellt, dass es zumindest als Rispyscheibe, eigentlich ist es sich vortrefflich, doch die Grabbeilage war auf schwerem Schiefer. Aber damit natürlich als Rispyspiel undenkbar. Ja, kann ich nachvollziehen. Im zweiten Schritt wurde am Laserzentrum Nord die Scheibe in Originalgröße nachgebaut und im Airbus Windkanal getestet. In der Tat gab es Strömungsverhalten der Scheibe ein Auftriebsverhalten. Doch als Propeller oder Turbine eignete sie sich überhaupt nicht. Der Test im Windkanal hat gleich unsere Vermutungen bestätigt. Die Scheibe ist definitiv kein Propeller, erklärt Sander. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Herren und Studenten das wirklich getestet haben und glaube denen das, was die dort experimentiert haben. Aber sie haben daraufhin auch noch etwas anderes zu denken gebracht. Und das finde ich schon mal gut, dass sie wenigstens auch auf andere Möglichkeiten zustoßen. Und zwar erstmal die Aussage, ein technisches Gerät ist die Scheibe auf keinen Fall. Das war uns nach den Tests klar. Ich finde das schon eine auch bemerkenswerte Aussage, ob es dann tatsächlich so ist. Das muss man ja vielleicht noch mit anderen Tests erklären. Aber naja, eine Vase wird es nicht gewesen sein. Erklärt der 60 Jahre alte Ingenieur und fügt hinzu, mich hat das Thema gar nicht wieder losgelassen. Also wurde weiter gegrübelt. Der spannendste Versuch, den Sander und sein Team schließlich starteten, hat nichts mit Fliegerei zu tun, sondern mit Feuer. Sander schüttete Paraffin in die Metallvariante der Scheibe und zündete sie an. Der Effekt war erstaunlich. Durch die innenliegenden Flügel entstehen offensichtlich Verwirbelungen, die die Flamme tanzen lassen. Also da muss ich sagen, zumindest kommen sie auf andere Gedanken. Und das ist eine gute Sache. Ich habe da mal nachgeschaut. Ist Schifa feuerfest? Ja, und der Naturstein ist feuerfest. Es wäre noch interessant zu erfahren oder zu wissen, es gab ja bestimmt verschiedene Untersuchungen an dieser Scheibe, ob dort Rückstände gefunden worden sind von Feuer oder dass vielleicht durch Feuer sich das Material ein bisschen verändert hat im Laufe der Zeit. Das wäre interessant, sich da mal zu bemühen. Und ich sage mal, angesichts dieser Forscher von dem Airbus-Kanal, ich denke mal, die hätten den genötigten Kontakt, um da wenigstens mal nachzufragen, ob es dort Untersuchungen gab, ob da mit irgendwelchen Feuersachen experimentiert worden ist beziehungsweise ob sie Rückstände darüber gefunden haben. Aber ich habe diesbezüglich leider auch nichts entdeckt. Naja, wenn man sich diese Feuerräder anguckt, hier natürlich rollt es den Berg runter oder man hat sie so seitlich aufgestellt und gedreht oder halt man hat sie auch horizontal auf einen Pfahl gestellt und dann gedreht. Das könnte man bestimmt sehr gut mit der Scheibe machen, weil sie da ja auch in der Mitte dieses Loch hat, wo man das ja auf einen Pfahl stecken könnte und dann drehen könnte. Und das gibt vielleicht einen sehr schönen Aspekt oder ein sehr schönes Bild, was man mit dem Feuer machen könnte. Doch muss ich sagen, so ganz befriedigt hat mich diese Antwort auch nicht. Und vielleicht liegt der Schlüssel ja in dem Fliegen an sich und dass es feuerfest ist. Es könnte wie gesagt rein aus rituellen Zwecken dafür benutzt worden sein. Ich kenne mich jetzt aber auch nicht so tief in den Ritualen der alten Ägypte aus, ob die auch tatsächlich sehr oft mit Feuerschalen gearbeitet haben. Und ich bin der Meinung, wäre es eine reine Feuerschale gewesen und sie gehört so zu dem Rituellen dazu, dann hätte man doch bestimmt auch ähnliche Varianten finden müssen in anderen Gräbern. Und nicht nur halt diese einzigste Feuerschale, die in dieser Art ist, dann wäre das ja so weiter verbreitet. Ich sage jetzt mal, wie so die Stäbe, die die benutzt haben oder so. Aber meines Erachtens ist es die einzigste Scheibe in ihrer Art und Weise, die jemals gefunden worden ist. Und daher ist mir das so ein bisschen skeptisch. Ja, wie immer, ich freue mich darauf, auf eure Meinungen und welche Ideen ihr habt, wozu diese Scheibe dienen könnte. Ich finde, das ist mit eines der interessantesten Rätsel, die ich so kenne aus der ägyptischen Gegend. Und würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere da einen guten Tipp hat. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.